Woa, Tens, guck mal hier! Was denn? Da steht was über uns! YouTuber feiern sich selbst? Alter, das sind Joko und Klar! Nein, unten! Uh, da steht was über uns! Chan, Kumpel Tens und einige Freunde machen Comedy für junge Menschen, die mit Dragonball, Pokémon oder South Park aufgewachsen sind. Nerd-Stuff, der erfrischend, unkonventionell und überaus lustig aufbereitet ist. Die haben sogar den sarkastischen Unterton weggelassen! Was ist denn das eigentlich? TV-Spielfilme mit dem Programm-Highlight der nächsten beiden Wochen? Schade, dass ich kein Fernseh gucke! Yeah! Fernsehen! Ah, Jungs! Komm rein, ich muss euch was zeigen! Okay! Hier, schau mal, wir sind in der Zeitschrift! Mhm, mhm, cool, schade, dass ich kein Fernsehen gucke. Mann, was wolltest du uns denn zeigen? Äh, nix, nix. Awww. Ach, ist ja nicht so wichtig. Geh' das mal andere zeigen. Ah, ihr, ihr, schau dir das an. Alles klar, Jungs, aber erst meine Bezahlung. Tänz. Endlich, endlich ist sie mein Hitlers Seele. Psss, psss, psss. Hey. Hä? Ich dachte, Hitler hätt keine Seele. Psss, psss. Wissen Sie, wie ist das dann, Master Jams? Ich dachte, er hat hier für den Web-Video ge... Psss, psss. Okay, was wollt ihr ihm mit zeigen? Mhm. Aha. Okay. Okay. Cool. Schadet euch, kein Fernseher mehr gucke. Psss, psss. Oh. Niemand guckt Fernseher, Trottel. Deswegen wird das hier auch keiner lesen. Also hört auf, euch selbst geil zu finden und fangt an, was anständiges zu drehen. Und jetzt zieht ab und kommt erst dann wieder mit dem Poster der Brauer. Mann! Ach man, auf nix darf man mehr stolz sein, ey. Ja, die Leute haben heutzutage voll die Ansprüche. Hallo, Jung. Ihr habt nicht zufällig mein Glas mit Master Jams Seele gesehen? Ähm, nö. Seit wann sammelst du Seelen? Ich brauch noch eine Seele, um mein Katana abzugraden. Hahaha. Nettes Schwertchen. Au. Ja, und so schön scharf. Hahaha. Kann ich nicht einfach ne Seele von euch haben? Nope. Äh, äh. Nerf. Auf keinen Fall. Nö. Oh hell you don't. Äh, äh, äh. Ähm. Ach, Menno. Hier. Hm. Interessant. Ihr könnt stolz auf euch sein. Oh. Echt? Ja, wann ist man schon in einer... Fernsehzeitung. Cool, oder? Lame. Ey, ich dachte wir können stolz auf uns sein. Bitch please, wer guckt heutzutage noch Fernsehen? Hey, sei nicht so gemein. Wenn ich eure Seele nicht haben kann, dann nehm ich einen Stahl. Was zum... Ich war da eben dabei in den Kindergarten anzuzünden. Was soll denn der Schloss hier? Guck mal hier. Äh, danke, aber ich guck kein Fernsehen. Äh. Dude! Irgendwie ist das mit dem Erschießen nicht mehr das gleiche. Ah, schießen wir wieder aufeinander, ne? Hm. Hast recht, ist irgendwie nicht mehr dasselbe. Egal, lass einfach zu fragen reden. Wuhuuu! Bist du ne Bitch und keine Whore? Dann abonniere Apple Whore. Man, manchmal sind das echte Trottel. Warte. Warte. Was ist das? Huuu! Master Jam Seele? NOOOOOOO! верLELELELEE